Hallo meine Leute, Willkommen auf meinem Kanal. Heute spielen wir Cheekenscape. Hallo zusammen. Mein Kollege spielt das heute zum ersten Mal. Ich bring es ihm bald. Wo geht man denn hin? Es ist so eine Ratte, die verfolgt dich. Ich wundere dich nicht. Komm, hier raus. Oh mein Gott. Hier ist ja überall Käse. Hier ist eine Ratte, die verfolgt dich. Wann kommt die denn? Die ist überall. Erste Käse. Ich hör was. Hey, ich möchte meinen Käse anziehen. Ich hör was. Wo bist du denn? Ich hab meinen ersten Käse anziehen. Der ist hinter mir. Der liegt zu mir an. Hilfe. Hilfe. Oh mein Gott. Ich komm wieder jetzt rein. Oh mein Gott, der ist hinter mir. Oh nein. Ich bin wieder da. Du hast meinen richtig leckeren... Warte. Wo ist denn die böse Ratte jetzt? Die hat mich geholt. Aber wenigstens hab ich zwei Käse geholt. Ja, ich mach den ersten Platz. Ich hab den gesehen. Der ist gleich hinter mir. Du musst den Käse sammeln. Dann musst du dir abholen. Du musst ihn um- ich geh lieber. Guck mal. Guck mal. Huck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ja, nichts. Mensch, hat er die abgetrunken? Jawohl, ich habe keine Käse. Wie kann ich den sammeln? Oh mein Gott, der kommt in die Nähe! Oh mein Gott, der kommt in die Nähe! Oh mein Gott! Komm wieder rein? Oh nein, da ist der Rappel! Oh nein, da ist der Rappel! Kuckuck! Der kommt in die Nähe! Was ist denn? Was ist denn der Rappel? Was ist denn der Rappel? Was ist denn der Rappel? Der kommt wieder, der lässt mich in die Ruhe! Der kommt wieder! Oh mein Gott, da rache ich mich! Ich muss die Nacht haben, Sascha, wir müssen warten! Du lockst dich zu mir! Der wird schon wieder von mir! Der soll sich verfolgen! Der wird wieder von mir! Oh mein Gott, der verfolgt mich jetzt! Was ist denn der Rappel? Na Jo, hilf mir! Ja! Ich bin denn da wieder! Ich hab einen Käse! Oh, der holt mich jetzt! Wie viel Käse hat er eigentlich jetzt? Hier! Der ist hier! Ich sehe den! Oh mein Gott, weg! Oh mein Gott, der kommt! Oh mein Gott, der kommt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist ja richtig schwer! Ich komm nochmal rein! Ich will mich mal rennen! Oh mein Gott! Warum hat die so einen Schlüssel? Musst du suchen? Oh mein Gott, da ist die Ratter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die ist hinter dir! Die ist hinter dir! Die ist hinter dir! Die ist hinter dir! Neun Stück! Neun! Neun! Wir brauchen noch Warten! Sieben Stück! Ok, und dann? Was machst du dann? Wir haben mein nächstes Kapitel freigeschalten! Ach so! Ach so! Ich höre jetzt hinter mir! Ach so! Den Schlüssel brauchen wir hier! Immer du musst verfolgt werden! Wo bist du denn gerade? Hier! Jetzt wieder rein in die Runde! Ok! Ok! Wo ist denn? Wo ist denn? Ich höre jetzt wieder! Der ist da hinter mir ganz! Bleib! Stift mir! Nein! Komm nicht zu mir! Stift! Komm nicht zu mir! Komm nicht zu mir! Ach sieht mir heute aber schlecht! Oh mein Gott! Ich bin schon mit mir hinter dir! Mein Gott! Ich geh nochmal rein! Mein Gott! Oh mein Gott! Komm schon! Safe Zone! Ich bin schon! Ich bin schon! Aufwand! Ja, Witzapp es ist, etwas so Limit used! Danke Mats! Die sind im Rundbuch! Sie wollen die Hunde Equity kommen. Regen Sie, die fliegenczas Propelze! Aufwand! Haj�! G세! Wollen Sie bin schon seitsemsemsemsemsemsemsemsemsemsemsemsemsemsemsemsemsemsemsemsemsemsemsemsemsemsemsemsemsemsem Áreives Oh mein Gott. Hinter mir auch. Schnell, schneller, schneller. Hinter mir. Komm, mit der Abwechslung! Hey, der Idee ist hart, der uns wieder wüsst. Komm, let's go, letzte Runde. Letzte Runde, komm. Du siehst? Vorsicht, hier? Ja, das ist ja die Alvira. Zack, schluss! Das ist neu! Das ist neu! Vor vorne, vor vorne, mein! Da ist der wieder! Da ist ja wieder! Ja. Du hast einen Schlüssel. Ja, wir müssen hinten die Schlüsselchen finden. Wenn uns die Ratte hoffentlich nicht verfolgt, weil die verfolgt ist, ne? Ich hör nichts mehr. Ich hör nichts mehr. Guck mal, die hat mich gesehen, die kommt nicht. Vielleicht ist die hinter einem anderen her. Der ist hinter mir. Okay. Ich stecke in der Sackgasse, wow. Das sind natürlich die Levels. Ich glaube, wir müssen die Schlüssel suchen, ne? Ja. Wo ist der denn? Ist der am Schlafen jetzt, oder was? Oh mein Gott, der kommt. Da ist der. Ist das Böse. 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 Hallo. Hallo Leute. Wir beenden das Video, wenn wir weitere Folgen von Tschüss, dass ihr ihn sehen wollt, dann lasst ein Like und einen Kommentar da. Tschüss!